So, ich hab jetzt leider ein Problem. Oh, das war das falsche Objekt. Äh, wie mache ich denn das? Ich habe ein Problem, und zwar, ich müsste ja für die nächste Essenz... Ich bin jetzt hier gerade, hier oben. ...und müsste dafür hier runter. Das ist natürlich geschützt durch einen schönen Bereich voll mit Lava. Beziehungsweise Magma eher. Ja, wie mache ich denn das? Ja, gut, der Einstiegspunkt wäre auf jeden Fall hier. Beim, ähm, Portal zum, äh, zum Turm. Wir wollen es einfach hier runter bohren und dann da durch. Der Problem ist, wie komme ich hier durch? Ich brauche hier entweder eine Flüssigkeit oder Blut. Ich weiß, hier gibt es einen Blutzauber, aber wir haben keine unendlichen... Obwohl, wir haben unendliche Zauber, aber das wäre unschön. Eine Regenwolke wäre nicht schlecht oder irgendwas anderes. Wir schauen mal, wir schauen mal, ob wir da irgendeine Möglichkeit finden unterwegs. Wie wird das hinbekommen? Oder vielleicht in dem Gebiet eine Regenwolke? Ich meine, das ist ja nicht unüblich hier. Hier ist das Feuer, das wollen wir nicht. Aber ich nicht den... Irgendeinen Zauberstab hier mit einer Regenwolke. Wenn man so stark ist, soweit gekommen ist, dass das Gebiet hier einfach nix ist. Man sich einfach hier durchschneidet. Ja, Trank mit Pheromon. Ich kann sowieso keine Tränke mitnehmen. Ich darf nicht durch Portale. Das wäre nämlich blöd. Das darf ich nicht vergessen. Ich muss mich nur daran erinnern, wo hier der Einstiegspunkt war. Ja, nicht. Vielleicht weiter in der Mitte. Ja, hier. Das wollte ich nicht, aber das ist auch nicht schlimm. Ich darf nur nicht da durch. Das könnte mich töten. Oh, okay. Der komplette Bereich ist gesperrt, oder wie? Faszinierend. Aber egal, das ist nicht schlimm. Auch nicht. Okay, das ist nix Interessantes hier. Weiter nach unten. Zauberstab. Nope. Irgendwas, was Wasser herbringt. Oh. Ist ein Rückkehrzauberer, den brauche ich nicht. Ich brauche, brauche Wasser. Hier vielleicht. Nee. Der bestimmt auch nicht. Ich meine, ich bin hier durchgekommen. Tch, das war ne Mimik. Ja, nee. Nee, auch das nicht. Eine Gewitterwolke. Ich glaube nicht, dass eine Gewitterwolke das kann. Eine Säurespur könnte vielleicht im Notfall helfen. Das wäre alles vergiftetes Gestein, aber es wäre besser, glaube ich, als nix. Ich nehme es mal mit, falls wir nichts anderes finden. Ah, da habe ich was Richtiges. Eine Wasserspur. Okay, mit der Wasserspur kommen wir weiter. Au. So, allein dafür, dass ich die hasse. Ah, hier können wir mal reinschauen. Vielleicht finden wir was. Nö, hallo. Hallo. So, aber den habe ich nochmal weg. Ach, hier Dich. Okay, weiter runter. Wir wollen bis zum Tempel. Äh, bis zum Turmportal. Okay, immer weiter. So, Blitzwerfer brauche ich nicht. Super lächer Schaden könnte nett sein. Könnte ich mich nochmal stärker machen. Aber ich glaube, den Mehrrückschlag will ich nicht haben. Und ich bin stark genug. Und ich bin. Bye. Okay. Auf, cancer. Ich bin. Bis zum Turmpfer. Yoon. labeling- murder? So, ich bin auswärts nach links rübergegangen, weil ich dachte, hier kommt man raus. Aber mehr brauche ich nicht. Wir können es aber doch unten bohren. Das nehme ich noch mit. Schnell wecke, bevor ich von einem Stein da oben zerschmettert werde. Ach, meine Güte. Weg, 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 weg. Oh Gott, ich muss aufpassen bei den roten Felsen. Oh, kommt schon. Oh, was war denn das hier nochmal? Irgendeine Höhle war das wieder. So, vorsichtig nach unten. Okay, hier ist Lava. Und da ist noch mehr Lava. Wie mache ich das jetzt? Ich könnte ein Ei werfen? Nö. Wenn ich ein schwarzes Loch mache, das Wasser hinter sich her zieht. Mit den Orbit. Es hilft nicht. Hm. Statt teleportieren würde ich aber trotzdem mitnehmen, ist wichtig. Falls irgendwas schief läuft. Wahrscheinlich geht das doch, wenn ich mich so durchbohre. Nein, die fressen sich auch so durch. Das ist schön sachte hier durch. Oh Gott. Nee, 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 nee. Dann werde ich dann von Lava umschlossen und das war's. Ich gehe wieder nach oben. Ich baue mir lieber eine sichere Mauer. Hm. Das wäre... Das wäre nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Ähm. Wie kriege ich das jetzt hin mit Wasser? Wenn ich den da mache, irgendetwas langsames Projektil. Ich hatte doch irgendwas, was langsam ist. Das da. Mein Hidlbold. Der lange wirkt und eine Wasserspur hinter sich her zieht. Das könnte gehen. Könnte besser sein, aber... Das ist alles andere jetzt. Was ist denn das da unten? Ein schmolzenes Metall. Da ist irgendwie Metall runtergefallen. immer so weiter. Und wir kommen nach unten. Nee, sieht doch ungut aus da unten. Das sieht doch gut aus, dass irgendein Portal... Keine Ahnung, wo das hinführt. Aber wer will das schon wissen? Oh Gott, ist das katastrophal hier. Aber es geht. Ah, das ist ein Machine-Ei. Okay. Immer weiter. Wir haben es mit Lava gefüllt. Ich darf bloß keine Objekte hier wegwerfen. Das wäre sehr schlecht. Okay. Okay. Ich darf das immer hier abschlüsseln. Oh Gott. Was mache ich hier? Okay. Okay. Aber ich muss sagen, es sieht imposant aus. Nein, 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 nein. Es sieht... Komm zurück. Komm zurück. Oh Gott. Ich habe die Ausweisung weg. Ich tue lieber den Schlüssel hier vor. Warte. Was war das gerade? Das ist überhaupt nicht gut, wenn ich das mache. Ja, der wird sofort gefressen. So, das war knapp. Ich kann kaum noch fliegen. Okay. Okay. Ich bin kurz davor, durchzukommen. So, jetzt noch einmal das irgendwie absperren. Okay. Das sieht gut aus. Das bitte ich ja auch noch einmal. Okay. Okay, gut, 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 gut. Da haben wir jetzt überall Metallstaub, nicht wahr? Ja. Weiter nach unten bohren. Da müsste ich irgendwann in der Hölle rauskommen. Okay, ich bin in der Hölle. Die sind stark hier, aber ich bin stärker. Verdammt stark. Die sollte auch in der Hölle bestehen können. Oh, und da ist das Zauber das Ende von allem. Das möchte ich auch gerne mitnehmen. Ich spreng mal kurz das hier weg. Ich nehme mal dich hier mit. Dankeschön. Gut. Gut. Sehr gut. Dann bitte einmal Wasser hier rein. Wasser existiert ja in der Hölle nicht. Nein. Okay, das war der Schlüssel. Das ist egal. Der Schlüssel kann weg. Den werfe ich sowieso gleich weg. Okay. Uff, ich bin in der Hölle. Sehr gut. Ähm, wie geht's weiter? Sollte links davon... Okay, perfekt. Essenz des Wassers. Wow, 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 wow. Weg mit dir. Bam. Okay. Die Essenz des Wassers. Die Erde fließt um dich herum. Äh, ja, ungefähr. Das macht's nicht einfach. Oh Gott. Oh Gott. Das macht's echt nicht einfach. Ähm. Ähm. Okay. Ähm. Oh Gott. Ich hoffe, mein Weg ist noch da. Ich hoffe, die Höhle bricht nicht zusammen, während ich da rumgehe. Oh. Da ist ein Zauberstab. Das ist mir aber egal. Au. Das ist eine Maschinei. Das schmilzt vor sich hin. Ähm. Wie komme ich denn nochmal nach oben? Ich spreng mich einfach hier nach oben. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Lava durch. Aber es sieht gut aus. Ich weiß auch gar nicht, wo der hinschießt. Ist komplett random. Oh. Oh. Was ist jetzt? Ich muss komplett nach oben. Und das muss ich zweimal machen. Ich brauch zweimal den Stein. Au. Da komme ich jetzt nicht ran. Okay. Heilen wird erstmal nix. Ich müsste mich irgendwie nach oben bohren. Ich bin irgendwie parallel von irgendwas. Au. Das sollte nicht so oft passieren. Äh. Das sollte auch nicht oft passieren. Okay. Das war Gold. Aber das ist mir egal. Ich könnte auch immer ein, äh, schwarzes Loch reinhauen. Da kann ich mich nicht mehr teleportieren. Au. Au. Die Essenz des Wassers ist echt ärgerlich. Au. Da braucht man wirklich viel Leben. Oder irgendeine gute Möglichkeit, wie man sich heilen kann. Oder, dass man immer wieder in Stein geschmissen wird. Ach, du meine Güte. Weg hier. Auf jeden Fall. Weg hier. Aber ich habe Nack auf Immunität. Das würde eigentlich gar nix machen. Okay. Immer weiter. Oh. 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 Und noch weiter. Ich bin fast oben. Nicht aufgeben. Und lot os elpi. Hallöchen. Ich versuche mich gerade wieder nach oben zu arbeiten. Während ich, äh. Oh Gott. Das ist nicht gut hier. Ich muss hier wieder weg. Während ich hier die Essenz des Wassers bei mir trage. Die ironischerweise die ganze Zeit Lava ausstößt. Aber ich habe es gleich. Ich brauche jetzt nur den Essenz-Eater. Dann hätte ich eine schwierige Sache auch hinbekommen. Oh Gott. Ist das wieder Tentakel? Ich glaube. Ich muss hier weg. Ich sterbe hier noch. Ich brauche den Essenz-Eater. Wo ist der? Da. Okay. 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 Sehr gut. Wir haben ihn. Okay. Perfekt. Uff. Wir haben jetzt, ähm. Ich baue mich kurz mal hier rein. Damit ich sicher bin. Uff. Erstmal heilen. Richtig. Äh. Das kann weg. Okay. Das mit der Heilung ist echt nicht gut. Oh. Manchmal geht es. Manchmal nicht. Okay. Perfekt. Wir haben uns geheilt. Uff. Okay. Durchatmen. Also, wir haben jetzt, ähm, Wukusikibi. Dieser kleine Fels ist hart und fest. Er scheint aber vor Wasser zu sprudeln. Bestimmt. So. Das sind drei wichtige Steine. Wir gehen jetzt einmal wieder zurück in unsere normale Welt. Weg von der Parallelwelt. Ähm. Das ginge einfacher, wenn ich ein Portadi hätte. Aber jetzt sind wir so, so weit im, äh, Westen, dass wir eigentlich wieder zurück einfach teleportieren können. Das machen wir mal so. Ich meine, hier ist eigentlich gleich der See. So. Dann hätten wir schon mal drei. Könnte ich, ich könnte eigentlich mit dem, was ich jetzt habe. Ich meine, warum, wir könnten eins schon angehen. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich meine, es ist 23 Uhr. Wir machen eins von den beiden Sachen erstmal heute. Ich hoffe, ich überlebe es, weil das ist eine Sache, die tödlich enden kann. Sehr schnell. Ich habe vorhin gesehen bei, da ist immer noch dieser Typ da oben. Äh, bei dem, oh. Ähm, beim Dingens, äh, dieser Tentakel-Monster. Dass der mich sehr schnell umgebracht hat. Hätte. Wenn er weiter auf mich gefeuert hätte. Mich getroffen hätte. Das heißt, ich hoffe, wir müssen sehr, sehr achtsam sein. Wie wir jetzt gleich etwas Großartiges bauen. Jetzt arbeitet der Schmerzfeld. Wunderbar. So, jetzt sind wir hier wieder im sicheren Gebiet. Hier passiert mir nichts. Weil hier bin ich das Monster. Okay. Zurück zum Heimatgebiet erstmal. Bauen uns jetzt etwas. Obwohl, wenn ich schon hier bin. Okay, ich mache das einen Moment. Ich habe noch keine richtige Erfahrung, wie ich jetzt mit dem, ähm, Auringu-Siemen umgehe. Ich weiß nur, was ich machen muss. Das Leben ist ein reinster April-Scherz. Mhm. Wenn ich jetzt hier sterben würde, dann wäre es ein passender Witz für den 1. April. So. Ähm, weg mit dem Stein. Okay. Wir wagen es. Ach, du meine Güte. Wo ist der Stein? Den finde ich doch nie wieder. Ähm. Okay. Toll. Mhm. Mhm. Äh, wo ist der hin? Der könnte jetzt überall sein. Äh, wenn er nicht despawned ist. Ich meine, so schlimm ist es nicht. Ich müsste nochmal gegen den Vergessenen kämpfen. Aber ich finde den Stein nie wieder. Okay. Was ich noch kurz mache ist, ich fülle das hier endlich mal mit Wasser. Damit wir uns schneller hin und her teleportieren können. Aber das war jetzt blöd. Das kam jetzt unerwartet. So, blub. So, ein Portal erscheint. Wunderbar. Äh, da will ich aber jetzt nicht durch. Ich suche mal am Boden nach meinem Stein. Ich hoffe, der ist irgendwo hier. Oh Gott, nein. Egal. Es ist nur ein Vergessener. Es gibt noch einen Vergessenen, glaube ich, in der, äh, West-Parallel-Welt. Wir waren ja nur im Osten. Ich ist ja nicht. Das ist... Okay, wir sind wieder hier im Berg. Äh, ich hab da ja noch eine Saat hinterlassen. Da ist sie. Das ist nicht der, das ist eine andere. Okay. Äh, den nehmen wir... Obwohl, ich könnte mal, äh, Kakakikare da lassen. Den brauchen wir nicht. Ich bräuchte mal... Ukus Kiwi. Den nehmen wir mal mit. Das ist jetzt blöd mit dem Stein. Das, äh, macht alles nochmal ein bisschen länger. Aber egal, wir können... Das, äh, verhindert nur das, was ich morgen machen will. Und jetzt, äh, ist... Das ist jetzt kein Problem für das, was ich jetzt machen will. So, das Portal ist hier. Das darf ich nicht aus Versehen durch. So, was macht das Tier da? So, das Problem lösen wir jetzt erstmal. Zuerst musst du dein Auge zurückholen und die Spitze von der Prübe mit Wasser füllen. Genau, das sollte ich jetzt erstmal dämpfen, weil das war jetzt ein bisschen... Das kam unerwartet. Ach, stimmt. Ich muss mein Auge wieder zurückholen. Äh, obwohl... Ich glaube, ich habe noch ein Auge hier gefunden. Und das habe ich irgendwo weiter unten in den Ebenen gelassen. Hm. Ich schaue erstmal, ob ich hier in dieser Welt noch ein Auge habe. Wenn nicht, dann müsste ich wieder in der Wüste. Ich glaube, da habe ich es vergessen. Also nicht vergessen, ich habe es da gelassen. So, dann machen wir das einmal. Wir haben Wasser drin. Okay, es ist da. Perfekt, 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 perfekt. Dann habe ich es mitgenommen. Schön. Die kristallisierte Essenz der Sonne. Sehr gut. Okay. Okay. Oh, ja. So, dann...